Yo, U-Boat. Wir spielen heute ein bisschen mit Booten, fahren raus aufs offene Meer und machen eine kleine Feindfahrt. Ich nehme euch mit zu meinem nächsten Auftrag. Wir befinden uns hier gerade in Wilhelmshaven und ihr seht schon unser kleines Schiffchen hier, unser kleines U-Boat. Und mit dem werden wir jetzt gleich rauspreschen und auf eine kleine Angriffsfahrt gehen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir befinden uns im Jahre 1939 und wissen nur, dass wir den Auftrag noch nicht angenommen haben. Und zwar holen wir uns den jetzt hier mal von unserem Offizio. So, gibt Aufträge vom BDU. Streng geheim. Ich habe mir überlegt, wir nehmen mal den hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier ein paar Schiffe unterwegs treffen, ist relativ groß und es gibt als zusätzliche Belohnung... Ich muss gerade mal gucken. War denn das? Ich glaube, das war... Ja, das war das. Als zusätzliche Belohnung gibt es nämlich Ansehen. Ich habe nämlich in meinem letzten Auftrag... In meinem vorletzten Auftrag, Entschuldigung, einen Fehler gemacht und habe ein Schiff kaputt gemacht, das ich nicht hätte kaputt machen sollen. Nein, das tut mir ein bisschen leid und deswegen brauche ich jetzt ganz dringend Ansehen, denn ich habe immer noch minus 59% Ansehen. Ich habe mich schon hochgearbeitet, ich war schon bei... Ja, Minus. Ja, war meine erste richtige Fahrt und ich dachte, okay, ich schippere jetzt hier stundenlang rum. Ich knall jetzt hier was ab und ja, war leider ein bisschen falsch geschätzt. Hätte ich nicht tun dürfen. Ja, im Nachhinein tut mir das sogar ein bisschen leid. So, wir fahren los. Bewegen uns jetzt Richtung Zielposition, die wir bekommen haben. Und gucken mal, was uns erwartet. Wir wissen es nicht, ich habe wirklich keine Ahnung. Also, ja, ich habe keine Ahnung. Meine Crew auch nicht, aber die nehmen es gelassen. Müssen sie auch irgendwie. Wir bewegen uns hier in dieses Planquater. Wir sind hier in Wilhelmshaven. Ja, also wir haben schon eine ordentliche Strecke, die wir jetzt zurücklegen müssen. Wir sollen hier in diesem Bereich eine Patrouillenfahrt machen. Das werden wir auch tun. Wir fangen mal hier an in diesem Gebiet und bewegen uns dann ein bisschen nördlich. So, hätte ich gesagt, wir fangen dann mal ein bisschen lockerflockig an. Und wir müssen ja ein bisschen gucken, dass wir Konvois abfangen. Also, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir so ein bisschen schief fahren. Sollte mich aber vielleicht nicht zu dicht an die Küste bewegen. Ihr seht hier oben rechts in der Ecke die Wassertiefe. Vielleicht sollte ich den letzten Punkt so noch nicht nehmen. Also, alles nicht so tief hier. Wir müssen wirklich ein bisschen aufpassen. Okay, dann ziehen wir uns jetzt doch die Linie, so wie wir das erstmal machen wollten. Das wird sich sowieso noch ein paar Mal ändern. Da machen wir uns nicht drauf fest. Es ist ein bisschen blöd, dass es jetzt hier ein bisschen flaches Gewässer ist. Das könnte tatsächlich zu Problem werden. Es könnte aber auch zu Problem werden, wenn wir im Gewässer rumtuckern, das zu tief ist. In meinem letzten Einsatz war ich hier im Atlantik. Da ist es, ihr seht es an der Zahl da an der Seite, sehr tief. Und ich habe mich, muss gerade mal überlegen, wo war ich denn? Hier, so in dem Bereich. Da sind wir schon bei über 2000 Meter. Und das ist für unser kleines U-Boot nicht gut. Wenn wir mal hier in unseren Tiefenmesser gehen, kann ich euch zeigen. 150, 160 Meter ist so das Letzte, was wir machen sollten. Dann wird es kritisch. Bei 160 bekomme ich schon die Warnung, dass wir zu tief sind. So, also wir tuckern jetzt erstmal los. Ich muss gerade mal gucken. Wir können jetzt mal in unser U-Boot auch reingucken. Wir sehen jetzt hier, unsere Leute ein bisschen schon arbeiten. Bleiben sich vor. Wenn wir hier schon mal rausfahren, können wir vielleicht noch ein bisschen Musik anmachen. Das erhöht die Stimmung ein bisschen im Board. Kann man immer gebrauchen. Und dann sollte das soweit schon mal laufen. Ich muss gerade mal gucken, wie wichtigen Posten sind besetzt. Das ist schön. Ich habe noch einen Matrosen, über den ich noch zuweisen kann. Das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, unser Radiooffizier kriegt jetzt noch einen Matrosen zugewiesen. Womit er die Möglichkeit hat, eine höhere Reichweite abzudecken, was die Funkerei anbetrifft. Das ist jetzt noch gar nicht mehr so schlecht. Wir sind wie gesagt guter Dinger. Wir fahren jetzt noch ganz gemütlich raus. Hier passiert jetzt noch nicht so viel. Also, wir gehen mal auf die Kartenansicht. Und erhöhen wir mal die Zeit ein bisschen. Damit ja auch mal was passiert, wenn wir jetzt nicht stundenlang zu gucken, wie wir mit dem Boot hier in diesen Bereich tuckern. Das könnte eine Weile dauern. Also, ich spule ich mal noch ein bisschen weiter. Hier bekommen wir schon die Warnung. Flaches Gewässer. Das ist uns aber auch noch Wurst. Und dann erhöhen wir mal ein bisschen Zeit. Bevor wir jetzt ankommen, schicke ich unseren Funkoffizier nochmal in die Pause. Sehen hier unten seine Ausdauer. Wir schicken ihn jetzt nochmal in die Pause machen. Und dann geht's weiter in Richtung Zielgebiet. Wichtig ist, dass unser Ingenieur hier die Maschinen weiter bedient, damit wir die höchste Geschwindigkeit fahren können. Was hier in diesem Fall 34 kmh sind. Das ist gar nicht mehr so langsam für unser kleines Boot. Schön sieht's aus, finde ich. Muss man dem Spiel lassen. Auf jeden Fall schick anzusehen. Nur ein Stück müssen wir noch. Auch noch mal ein Zeitraffer. Jetzt sind wir nicht mehr so schnell unterwegs. Ihr seht das jetzt hier. Er legt sich ins Schlafen. Und können dann nur noch auf halbe Fahrt umdüsen. Und ich könnte natürlich jetzt, damit wir weiterhin schnell genug sind, unseren anderen Ingenieur dorthin schicken an die Dieselmotoren. Das machen wir jetzt auch. Er soll zwar die Torpedos warten, aber die Geschwindigkeit ist jetzt gerade erstmal ein bisschen wichtiger. So, wir sind jetzt gleich im Zielgebiet. Da befinden wir uns jetzt. So, das Operationsgebiet ist erreicht. Das heißt, ich hole unseren Funko nochmal raus und melde das beim Hauptquartier, dass wir im Bereich angekommen sind. Es ist mittlerweile schon wieder dunkel. Wir befinden uns tief in der Nacht. Man sieht's auch. 0.53 Uhr haben wir's. Drei Tage später. Uiuiui. Mehrere weit aus einer einer liegenden Rauchwolken. Im Planquadrat AN-7262. Verdächtiger Konvoi in Kurs Nordwestlich. Sende-Peil-Meldung. Nordwestlich. Ey, vielleicht könnten wir hier mal andere Schiffe aufgaben, als ständig nur norwegische Schiffe. Sie werden die Position wiederkehrend melden. Lange eine Übertragung möglich ist. Okay, das ist sehr gut. Und wir gucken mal auf die Karte. AN. Müsste doch eigentlich sogar hier irgendwo markiert sein, oder? Was hat er gesagt? AN-7-6-2. Gucken wir mal, wo hier AN-7 ist. Hier. An-7-6-2. Müssen wir mal ein bisschen suchen. Da ein Quadrat. Dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm. Hier. AN-7-6-2. Wir markieren das hier mal, damit ich weiß, wo das Quadrat ist. Kurs Nordwestlich. Das heißt, die werden vermutlich von hier kommen. Werden meinen Weg hier oben irgendwo kreuzen. Nordwestlich. Das heißt, es könnte sein, dass sie in die Richtung wollen. Wenn ich die also abfangen wollen würde, müsste ich ungefähr mich hierhin so begeben. Dann würde ich zumindest die Orten können. Ja, wir versuchen das mal. So. Die werden ja auch eine Weile brauchen, bis sie hier oben ankommen. Das wäre natürlich perfekt, wenn die jetzt wirklich eine gerade Linie fahren würden. Ja, wenn sie jetzt wirklich hier so durchgehen. Aber dann könnte ich mich ja perfekt hier vorne hinstellen. Und könnte sie abfangen. Wir gucken mal. Wir befinden uns jetzt weiterhin bei unserem Schiff. Wir sind aufgetaucht. Im Schutze der Nacht gehe ich mal nicht davon aus, dass uns der Feind hier so schnell entdecken wird. So. Zeit für eine Pause. Gut, der muss eh gleich Pause machen. Das heißt, so schnell werde ich nicht mehr fahren können. Warum ist meine Markierung eigentlich weg? Eine Ewigkeit später. Auf Seerohrtiefe. Aus mit dem Motor. Ran an den Rorschposten. Und jetzt wird es interessant. Links von mir. Hier höre ich schon das Erste, aber hier wird es laut. Da. Und das sind mehrere. Links von mir. Okay, das ist, äh... Nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Wenn die jetzt nach rechts hoch fahren, also Richtung Nordwesten fahren, dann müssten sie nämlich an mir vorbeifahren. Das heißt, ich habe jetzt gerade eine richtig gute Position. Wenn das Spiel erkennen würde, dass sie da sind. Ich weiß es ja schon. Der Umkreis kann nicht so groß sein. Ihr seht das jetzt hier. Ja, also, sie können ja nur hier in diesem Areal sein. Ja, hier ist Quatsch. Hier ist Land. Also, hier können sie auch nicht sein. Sie können also nur in dem Umkreis sein. Hier so ungefähr. Mache den Kreis mal ein bisschen größer. So, ich mache mal jetzt ganz andere Gedöns hier weg. Ein bisschen erkennt. So. Jetzt mal noch ein Stück größer. So. Minus den Zipfel hier unten. Hier in dem Bereich müssen sie sein. Da ich aber nicht genau weiß, wo. Auf der anderen Seite. Ich muss gerade nochmal gucken. Sie könnten, ich muss es nochmal ein Stück anpassen. Sie könnten auch hier schon sein. Es war schon relativ laut auf der mittleren Distanz. Deshalb denke ich nicht, dass sie hier sind. Das glaube ich nicht. Ich denke mal, sie sind dann eher in diesem oberen Bereich. Man kann das hier nicht ein Drittel nennen. Das ist kleiner als ein Drittel. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn man jetzt mal hier noch einen Kreis reinmeilen würde. Dass sie... Dass sie... Hier sind. In dem Bereich. Das glaube ich. So, ich hoffe, man steigt da... Uh, jetzt habe ich aus Versehen meinen anderen Kreis gelöscht. Das ist egal. So. Ich hoffe, man erkennt jetzt ungefähr, was ich hier vorhabe. Aber das ist so der Bereich, wo ich schätze, wo sie sind. Mal sehen, ob sie es bewahrheitet. Also, ich werde die Patrouille natürlich nicht beenden, wenn ich weiß, ich kann da jetzt noch einen Abschluss machen. So. Hören wir nochmal rein. Relativ laut. Warum ich nur nie sagen kann, wo sie sind. Ich... Was das hier macht, weiß ich auch nicht. Es flackert zumindest das Licht an der K... Das ist auch zu weit. Ich meine, ich höre es schon längst. Aber... Ich meine, Offizier irgendwie nicht. Junge, sperre der Lauscher auf. So, wir stellen mal auf blaue Beleuchtung um. Machen wir alles, was... Geräuschkulisse ist, aus. Fahren wir? Wir fahren. Hören wir damit jetzt mal auf. Mehrere Schiffe, also... Man hört es deutlich. Das ist nur, mein Offizier hört es nicht. Der Vollidiot. Kann ich das irgendwie markieren? Ich meine, wie deutlich wollen wir es noch machen? Muss ich vielleicht noch tiefer tauchen? Wäre auch noch eine Option. Gut, weil mein Offizier diesen... diesen... diesen Konvoi nicht erkennen möchte, machen wir jetzt nochmal folgendes. Wir tauchen noch ein Stück tiefer. Dafür müsste ich wissen, wie tief darf ich jetzt noch. Herr Kaloi. Gehen wir noch ein Stück runter. Noch 31 Meter. Okay. Wir tauchen auf 50 Meter! Gehen nicht zu tief runter. Wir tauchen auf 50 Meter! Ja, er muss es doch mal erkennen. 40. So top kann er noch nicht sein. So, wir sind jetzt 45 Meter unten. So, jetzt komm, Junge, jetzt hör das doch aber. Ich meine, wie deutlich muss es noch sein? Muss ich irgendwas drücken oder so? Oh, das ist das Problem. Das ist das Problem. Kann ich irgendwas... Muss ich was drücken, um dem Spiel klarzumachen? Da ist doch was. Hör doch mal hin. E vielleicht? Q? Ganz klar ist mir das noch nicht, wann die KI erkennt, dass da was ist. Und das ist so deutlich. Und das ist so deutlich. Die sind gerade zu von mir schon. Eventuell. Ist aber noch nicht so nah ran. Kann man jetzt noch nicht klar sagen. Junge, höre doch hin. Was muss ich tun? Was muss ich drücken, damit du es erkennst? Hier nicht. Hier nicht. Ja. Perfekt, ich höre es doch super gut. Huch, wow. Vielleicht sollte er mal die Mütze abnehmen, damit er was hört. Ich weiß nicht, wie deutlich es sein muss, damit der Kollege das hört. Aua, ey. Junge. Auf Seerohr-Tiefe gehen. Wirklich, ey. Schneller, schneller! Kuss auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. 30? Das gibt's wirklich nicht, ey. Tch, Kapitän. Vielleicht war ich auch zu weit weg. Kann auch sein. So, nochmal das Spielchen. Boah. Weiter links von mir. Hier. Ja. 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 Da hört man's auch ganz leiser. Das weiß ich natürlich nicht, wo sie hinwollen. Kann man ja schlecht sagen. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Schneller, schneller! Herr Kalloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Du, du Witzbult. Du willst mich doch verarschen. Ja. Nein, nein, nein. Der erste, der erste Kreis war ungefähr richtig. Ah, scheiße. Das ist natürlich die Frage. Ich kann mich ja noch retten. Das hängt jetzt davon ab, in welche Richtung sie fahren. Davor machen wir sie jetzt abhängig. So, wir halten. Wir halten an. Ja, die kommen in meine Richtung. Die fahren eine sehr lustige Linie. Ach, ich muss natürlich Gas geben, wenn ich da hinsehe. Schneller, schneller! Was machen die da? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Die fahren. Zu Befehl. Sehr interessant. Ich speichere nochmal ab. Gott, es ist halt scheiße. Hat natürlich nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das gewünscht habe. Es ist nicht in diesem Umkreis gewesen, aber es ist ja ja nicht so schlimm. Trotzdem nicht schlecht. Es ist echt schwierig erkennbar, was die eigentlich vorhaben. Meine Patrouillenfahrt ist aber gleich zu Ende, theoretisch. Die fahren sehr dicht an der Küste. Es ist in der Nacht. Ich habe gerade... Ich... So. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da so dicht... So, wir wollen mal gucken, was ist das für eine Entfernung, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wenn sie wirklich in der Mitte sind. Bei 17 Kilometern. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt auftaure, dass ich sie sehen müsste. Weil ich aber nicht ganz so lebensmüde bin, gehe ich erst ins Angriffspiriskop. Damit kann ich zwar nicht so weit gucken, aber sollten sie jetzt doch ganz dicht sein. Es ist vielleicht ein bisschen besser. Ja, Kaloi. Mein Funker schicken wir jetzt nochmal kurz an die normale Funkstation. Vielleicht kann ich ja was abfangen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nämlich noch keinerlei Upgrades. Jetzt noch ein fettes Schiff abknallen zum Schluss. Ein britisches vor allem. Wäre ja nicht verkehrt. So, ähm... Müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht irgendwo eine böse Überraschung haben. Da hinten ist die Überraschung. Haben wir am Himmel irgendeine Überraschung? Die ich sehen kann. Noch nicht. Alles klar. Das heißt dann für uns... Wir gehen... Ich überlege gerade. Wie machen wir es? Ich weiß, wo sie sind. Ich habe sie gerade gesehen. Es ist nachts. Das heißt... Ich kann vielleicht... Wir machen das jetzt. Wir tauchen jetzt auf. Es wird jetzt also spannend. Zum Schluss der Patrouillenfahrt. Okay. So. Wartet jetzt die Torpedos. Das ist... Auch nicht unwichtig. Herr Kaloi. Ich müsste den Zug aber eigentlich schon erkennen. In der Theorie. Wo waren sie denn jetzt? Da hinten. Achte Scheiße. Das ist eine Gruppe von... Eins, zwei, drei, vier... Fünf Stück. Zu fünft. Alles klar. Ich schalte mal den Kompressor ein. Wir bewegen uns mal in... Position. Kann ich natürlich schlecht abschätzen. Wie weit das entfernt ist. Ich kann gar nichts davon abschätzen. Ich kann den Kurs nicht erkennen. Ich sehe ja nur den Rauch. Lustig, dass ich... Ich kann es halt einfach nicht melden. Ja, also normalerweise... Wäre es nicht schlecht, wenn ich irgendwie eine Taste hätte. Ich muss mal kurz im Optionsmieter gucken. Nicht, dass es eine Taste gibt, wo ich etwas melden kann. Und wenn ich in der Ego-Perspektive bin. Tiefenmesser, Ruder, Charakter, lalalala. Ego-Perspektive. Benutzeroberfläche, Verwaltung, Fernglas, Taschenlampe. Ist das alles klar? Das Klicken ist die Taschenlampe. Hydrofon, Lautstärke, Rundhorschen. Ha. Sollte ich mir mal merken. Periskop ausfahren, einfahren, zentral, Zoomstärke, okay. Viel-Skin-Modus. Aha. Äh... Okay. Ähm, ja. Ich kann es also nicht melden. Also ich sehe da hinten Rauch am Horizont. Das ist sehr gut sogar. Ja, also ich könnte jetzt auch zurückfahren. Okay. Ich habe nicht so den besten Kurs zu dehnen. Habe ich das Gefühl. So. Bevor ich jetzt hier die Feindfahrt beende. Ich habe da jetzt gerade riesige Beute gefunden. Die will ich jetzt natürlich schon noch abschießen. Und dann versuchen, überlebend, lebend da rauszukommen. Was natürlich dann auch nicht so einfach wird. Ich frage mich trotzdem noch, wo die hinfahren. Ich frage mich. Das war schon. Ich frage mich. Ja. Jetzt. Ich frage mich. Jetzt, jetzt. Ich frage mich. Tschüss. Ich frage mich. 461 kurs nördlich das ist aber woanders da kleine gruppe gut die interessieren mich nicht ich bin hier unten mit einer großen gruppe beschäftigt ich weiß was die da machen ich steuern auf mich zu glaube ich jetzt ist der kurs mal ein bisschen anders bestätigt wohin wollen die ich sehe sie doch ok fahren jetzt mal noch in die richtung was machen die da es fehlt auch ein schiff die waren noch vorhin noch zu fünft oder hinten ist es das ist ein britisches schiff meine güte so konvoi endlich auch mal von der ki entdeckt das ist ein frachter der frachter fährt natürlich vorne weg das ist fantastisch das ist ein tanker da ist land okay erinnert jetzt gerade alles ähm das ist ein frachter das da könnte ein tanker sein das sieht sehr nach schlachtschiff aus das ist wieder ein frachter wer ist der einsammer da hinten wo ist er denn da das könnte auch ein kriegsschiff sein der hinten weg fährt oder sowas keine ahnung interessant sind natürlich die beide hier der hier und der hier und der vielleicht noch ne der nicht der hier das ist auf jeden fall kriegsschiff ok ich weiß jetzt gerade nicht was die bessere beutel wäre wir melden das jetzt wie dicht sie jetzt schon dran sind es gut wahrscheinlich erkennt sie auch nur hat auch nur ein schiff erkannt wenn er sich hier in meinem radios oder so befinde ich weiß es nicht ich habe keine ahnung so der weiß aber noch nicht dass ich da bin was auch noch mal ganz gut ist weil das das bringt mir eigentlich nicht so viel weil er ständig seinen kurs ändert das scheint eine wertvolle fracht zu sein ok die entfernung ungefähr ungefähr von meinem punkt zu mir sind wir bei 3,6 km so wir gehen auf jeden fall jetzt runter auf periskoptiefe ganz ganz wichtig kapitän so du ganz schnell prüfen noch mal die torpedos wenn was nicht in ordnung ist den hier torpedor welches Rohr ist denn das müsste 1 sein torpedorohr 2 mach das mal kümmer dich drum wechseln auf E-Motor ähm wir wollen nochmal abspeichern oder das will ich jetzt auf jeden fall noch machen also wenn wir jetzt die chance zu haben noch was abzuschießen dann sollten wir das auf jeden fall auch tun so der kann sich auf jeden fall ausruhen Herr Kaloi ja du machst eine hohe pause das ist gut Herr Kaloi so wir wissen dass es ein Frachter ist so jetzt dürfen wir jetzt jetzt können wir noch mal durchgehen wie man das ganze Ding hier auch abschießt jetzt müssen wir erstmal gucken was es ist wir wissen es ist ein Frachter sind natürlich die ganzen Dinger da im Weg Jungs so geht das nicht Kapitän kümmer dich da dran ähm so wir sind jetzt hier eigentlich bei der Bestimmung des Schiffs ähm es könnte sein dass es eine Bail ist ne das glaube ich nicht es wird wieder ein Tower sein ich weiß nicht hier gerade eine Liberty ist es definitiv nicht ich kann das andere Schiff schon einrasten das ist ein Tanker das dachte ich mir schon was das ist weiß ich noch nicht das ist ja auch nach einem das sieht nach einem Kriegsschiff aus das sieht nach einem Frachter aus ist die Frage was ist gerade mehr wert das prüfe ich mal nebenbei schnell hier quell dr 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 Es ist nämlich gerade wirklich die Frage, was ist für uns besser zu beschießen. Ich meine, ich könnte es auch versuchen mit beiden aufzunehmen. Das will ich aber eigentlich nicht. Wir schießen erstmal den Frachter ab. So, was haben wir gesagt? Ich muss gerade mal gucken. Die Frage ist immer, in welche Richtung ist das ausgelegt? Das ist so ausgelegt, als würde es nach links fahren. Mal so ausgelegt, als würden die nach links fahren. Ich kenne mich jetzt mit Schiffen nicht so aus, bei diesen Bildchen. Ich würde ja mal fast sagen... Ja. Ja, also dass die nach links ausgerichtet sind. Also muss ich jetzt einmal seitenverkehrt prüfen. Genau. Also, die sind nach links ausgerichtet. So. Das heißt, ich muss einmal quasi im Kopf drehen. Das heißt, es wird die Empire Tower sein. Es muss die Tower sein. Ja. Hier hinten noch der Mast ist da. So. Während wir das machen, können wir natürlich auch nochmal den Tanker bestimmen. Vielleicht kriege ich das auch raus. Den Tanker bestimmen. Die D-Klasse kommt das hin. Hat hinten auf jeden Fall schon mal den Schornstein. Hat zwei Masten. Was haben wir noch? Das könnte auch das sein. Die Walk-Klasse ist es, glaube ich, nicht. Oder? Doch. Das sieht es ja nach da. Nee. Okay. Die Frage ist... Es wird... Es ist die... Oil-Klasse. Okay. Markieren wir auch. Fangen wir mal an, die Geschwindigkeit der... Oil-Klasse zu definieren. Hören wir wieder unser Chronometer raus. Ich will am besten... Beides abschießen. Aber... Wir versuchen es uns erstmal... Eins platt zu machen. Bevor wir jetzt hier das andere auch noch versuchen wegzunuckeln. Wichtig ist es, meine Torpedos zünden. Ich darf... Ich muss nicht nur treffen. Ich muss Abschüsse machen. Okay. 13 kmh. Okay. Wir bleiben jetzt aber mal am... Am Frachter. Machen auch... Das gleiche hier. Dann wird es interessant. Dann wird es wirklich interessant gleich. Ich stelle den Kurs und die Entfernung ein und dann werden wir... Wenn wir auf das erste Schiff schießen. 14 kmh. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das Ding schneller als der Tanker ist. So. Die Entfernung. Jetzt müssen wir mal anpassen auf den höchsten... Das ist schwierig in der Dunkelheit. Den Horizont auf den höchsten Mast so ungefähr. So. 3 km. Das könnte hinkommen. Jetzt machen wir noch den Kurs. Das geht relativ easy. Man nimmt das Winkelmesser. So. Also. Kurs berechnen. Winkelmesser nehmen. Dann klicken wir auf... Uns. Klicken aufs Gegnerschiff. Und dann in die Richtung, in die es fährt. Das sind dann ungefähr... 55 Grad. Das können wir noch anpassen, wenn wir der Meinung sind. Dieser Winkel könnte auch ganz leicht anders sein. Aber es sind... 55 oder 54. Wir könnten... Ungefähr 54,5 einstellen. Jetzt kommt der interessante Part. Wir gehen rein. Tragen das ein. Gegnerlage. Das ist jetzt der wichtige Punkt. Bevor wir das machen, prüfe ich mal ganz kurz meine Torpedos. Okay. Die sind in Ordnung. So. Jetzt Gegnerlage. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir von der Sicht des Schiffes ausgucken. Ja. Das Schiff fährt in diese Richtung. Ja. So steht euch vor. Das hier ist das Schiff. Jetzt geht es darum, in welcher Position vom Schiff befinden wir als U-Boot uns. Auf der rechten Seite. Die Engel auf Bau. Also die Fahrtrichtung. Oder die Bugrichtung. Ist hier. So. Wir wissen. 54,5 Grad ungefähr. Rechts sind wir. Also stellen wir das von der Schiffsposition ein. 54. Jetzt nicht so ganz klar ist. Machen wir mal so knapp. Machen wir das mal so knapp, wie wir es einstellen können. An die... Machen wir mal so knapp, wie wir es einstellen können. Äh... Äh... Machen wir mal so. Klausi Nav. Bestätigen. 100% erfasste Daten über das Ziel. Und dann heißt es jetzt Rohre fluten und Feuer frei. Und weil ich jetzt gierig bin, versuchen wir den Tanker gleich noch mit wegzuklatschen. Feuer. Los! So. Während die ihre Runde drehen, rasten wir wieder den Tanker ein. Entfernung. Das Spielchen kennt ihr. Also Horizont. Das ist wie gesagt nicht so einfach zu erkennen manchmal. Gerade wenn es dunkel ist. Auf den höchsten Mast einstellen. Ungefähr so. Kurs berechnen. Wir haben das eben schon gemacht. Auswählen. Winkelmesser nehmen. Uns auswählen. Wir könnten eigentlich direkt das übernehmen. Aufs Gegnerschiff ziehen. So. Das sind auch ungefähr... Naja, es ist schwierig zu sehen, in welchem Winkel dieses Schiff fährt. Vor allem wenn der Torpedo einschlagen sollte bei dem anderen Schiff. werden die auch reagieren und ein bisschen anders hinstellen. Was habe ich gesagt? 45 Grad? 45 Grad. Okay. 45 Grad. Nicht ganz klar ist, wo die hinfahren. Das kann jetzt hier bei dem Tanker ein bisschen schief gehen. So. Rohr 4. Bewässern. Rohr 1. Bewässern. Rohr 4. Fertig. Und Feuer. Dann wird's jetzt spannend. Treffen wir oder nicht? Das könnte jetzt klappen. Das könnte aber auch gewaltig nach hinten losgehen. Wir werden das auf jeden Fall gleich sehen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Reduzieren wir unsere Lautstärke. Und das Licht. Dann möchte ich auch gleichzeitig noch rausfinden, wenn jetzt der Torpedo schon auf dem Weg ist. Wie tief könnte ich hier eigentlich? Noch 30 Meter. Das heißt, wir würden noch auf 30 Meter runtergehen. Ich glaube nicht, dass wir den Tanker treffen. Aber mir würde es schon reichen, wenn wir das Frachtschiff treffen. Und zwar gut treffen. Treffer. Huiuiuiuiuiuiui. Feuer am Deck. Treffer. Huuhu. Schwere Schäden am Rumpf. Schwere Schäden am Rumpf. Geil. Ja, das war auf jeden Fall... Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ein sehr guter Treffer. Das Ding brennt lichterloh. Ja. Lichterloh brennt das Ding. Freunde, ja. Die Empire Derwent wird auch untergehen. Die wird sinken. Das ist natürlich die Frage, was macht jetzt der Frachter? Äh, der Tanker. Sie sinken. So, das erste Schiff sinkt. Sehr schön. Ob der jetzt natürlich trifft... Das ist jetzt die nächste Frage. 40 Sekunden bis Torpedo einschlafen. Das melden wir jetzt direkt, dass wir das Ding versenkt haben. Oh, Freunde. Freunde. Freunde, das könnte... Das könnte richtig geil werden. Das könnte richtig, richtig geil werden. Oh, scheiße. Wenn wir jetzt treffen, wer... 20 Sekunden. Dann müssen wir hier abhauen. Treffer. Ja, sauber! Feier am Deck. Ha, 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 ha. Schwere Schäden am Rumpf. Leute. Schwere Schäden am Rumpf. Das ist geil. Tja, der Oligarch. Brennt. Ah, und Hüllenbruch. Der wird sinken. Hüllenbruch, sie sinken. Nice. Das ist schon mal ein Zerstörer, okay. Das ist er. Das ist noch ein Tanker. Werde ich jetzt... Huhu. Es ist nur ein Zerstörer da. Es ist nur ein Zerstörer da. Es ist nur ein einziger Zerstörer da. Die Frage ist jetzt... Das sinkt schon. Äh... Das finde ich mich jetzt verkrümmelig. Ich, ich, ich... Oh, puh. Also... Hm. Würde es dann nochmal auf den Tanker absehen. Und dann drehen wir. So. Das ist ein, das ist ein großer Tanker. Ich habe aber auch nur ein Torpedo gerade. Der andere wird geladen. Und der fangen sie jetzt auch gerade erst an. Ah, bis der geladen ist. Das dauert so lange. Äh, das ist trotzdem noch möglich zu sagen, wir klatschen den Tanker hier noch weg. Vielleicht, so, das ist... Vielleicht hätten wir uns gleich den großen hier... Das ist doch ein Tanker, oder? Das ist ja ein Rieseteil. Vielleicht hätte ich gleich den abschießen sollen. Was ist denn das für ein Tanker? Gibt es noch andere? Das da soll ein Tanker sein? Dahinter ist doch noch irgendwas, oder? Das sind zwei Schiffe. Das ist doch nicht nur eins, oder? Da ist noch eins. Und hier ist noch eins. Hier ist der Frachter. Hier ist ein Tanker. Die sinken. Hier kann ich euch noch mal die letzten Überreste zeigen. Rettungsboote. Ja. Hm. So, jetzt könnten wir natürlich auch noch mal schummeln. Wir könnten... Was habe ich denn gesagt? Das hier, ja. Könnten uns das ja auch mal... Das ist wirklich eins. Das ist ein echt großes Schiff. So. Wir gucken uns den mal an. Der hat hier hinten... Ah ja, ich bin mir relativ sicher zu wissen, was es für eins ist. Geh noch mal rein. Ähm... Das ist ein... Tanker. Und zwar ist das die... Dill-Klasse. Hat nämlich bloß hinten den kleinen Schornstein. So. Ich werde jetzt... Ich versuche jetzt gierig zu sein. Wenn ich hier noch einen abschießen kann. Es ist ein Torpedo, der treffen kann. Dann würde ich es versuchen. Puh. Puh... Ein bisschen mehr als dreieinhalb Stunden. Ist das jetzt am Videomaterial. Ähm... Ja. Dachte mir, ich zeige euch denn jetzt hier wirklich die interessantesten Szenen. So, das darf jetzt alles nicht mehr allzu lange dauern. Ich muss die Entfernung gleich festlegen. Schnell den Kurs bestimmen. Schießen und drehen. Ich muss hier weg. So. Zack. Acht kmh. Die sind langsamer geworden. So. Wieder das schwierige Spielchen. Der höchste Mast. Das ist hier. Es könnte sein, dass ich hier auch nicht treffe. Dreieinhalb Kilometer. Dadurch, dass die jetzt auch schon ein bisschen... Aufgewühlt sind, sage ich mal. Und da sind schon zwei Schwestern-Schiffe gesunken. 31 Grad. So, ungefähr. Das ist jetzt nicht genau. Und ich erwarte jetzt tatsächlich auch nicht, dass ich treffe. Ähm... Wir hauen jetzt den einen Torpedo noch raus. Den ich jetzt hier noch übrig habe. Das ist zu warten, bis der andere geladen ist. Das dauert mir zu lange. So. Das heißt, für uns jetzt... Wir drehen jetzt... Sofort bemannen, damit wir schneller fahren können. Das hat auf jeden Fall richtig viel Geld gebracht. Leider kein Ansehen, weil ich kann keine Gefangenen nehmen. Ich kann da jetzt nicht ranfahren. Also ich würde gerne noch Leute aus dem Rettungsboot rausholen, aber... Da ist ein Zerstörer... Da ist nur einer, ich weiß, aber... Egal. So. Ich gehe mal davon aus, dass der Zerstörer dann auch nicht lange auf sie warten lässt. Der wird kommen. Der wird... Der wird kommen. Der wird kommen. Aber das kann jetzt ja egal sein. Denn wir drehen ab. Kursnetzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So. Wir versuchen abzuhauen. Und ich gehe auch mal davon aus... Ich weiß nicht, inwiefern das Spiel das simuliert, dass der andere Frachter die Rettungsboote einsammeln wird. Denke ich jetzt einfach mal. Es ist auch nur ein einzelner Torpedo, der jetzt gerade für mich dahin geschossen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass wir treffen. Das glaube ich nicht. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Tja, ich hätte leider noch ein bisschen mehr an Ansehenspunkten gesammelt. Das heißt, noch ein paar mehr Leute gefangen genommen. Aber, naja, mein Gott, es hat nicht sollen sein. Müssen jetzt auch nicht gierig werden. Ich war jetzt schon bei dem Beschuss dieser... Dieses Konvois ist ja gierig. Ist das überhaupt ein britisches Schiff? Ja. Ja, ja, ein britisches Schiff. Man sieht es an den Flaggen oben. Ich habe auch auf den anderen Tanker geschossen. Ich könnte jetzt natürlich noch einen hinterher schießen. Nur um auf ihn mal sicher zu gehen. Wollen wir das machen? Ihr seht schon, er dreht schon ein bisschen ab. Kurs. Ich meine, ich könnte jetzt einfach noch mal... Gucken, ob wir da noch mal einen draufsemmeln können. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Wenn wir jetzt eh auf dem Weg zurück zum Hafen sind, dann können wir das auch nicht machen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Geister-Schiff. Wir versuchen das einfach. Ich meine... Das war jetzt noch mal die... 38 Grad. Okay. 38 Grad. Ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus, dass wir... Ich schieße jetzt gerade mit meinem Hektorpedo. Eigentlich der, den wir uns für Notfälle aufheben sollten. Aber wir sind ja jetzt eher auf dem Weg hier weg. Sollten wir jetzt den ersten Torpedo treffen, dann halten die sowieso an. Falls ich treffe. Und falls es hier nicht ein Fehlschuss wird. Aber gut getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. Ja. Wir gucken uns das mal aus der... Aus dieser Ansicht hier an. Ja. Und so wie es aussieht, evakuieren sie auch. Da sind die Rettungsboote. Das Schiff brennt. Ich hätte den Torpedo gar nicht mehr abschießen müssen. Ja. Uh. Uh. Sie sinken. Ja. 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 Das hat sich mehr als nur gelohnt. Tja. Ich hätte den anderen Torpedo gar nicht hinterher schicken brauchen. Mensch, Mensch. Jetzt müssen wir uns bloß noch verkrümeln. Mensch, Freunde. Das war nicht schlecht. Hier geht es leider nicht so tief runter. Ich würde gern tiefer tauchen. Aber das geht nicht. Das können wir nicht machen. Ja. 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 Das sind die ganzen... Äh, das ist noch das... Hier ist noch ein bisschen der Mast vorne. Ich weiß ja nicht, wie tief das Wasser da ist. Es kann sein, dass das Schiff gar nicht weiter sinken kann. Wir können ja mal gucken in der... Ja, da ist nichts mehr auf halbem Weg zum Ziel. Der wird... Der wird einfach runtergehen. Ähm. So, das Wrack. Können wir mal angucken. Jetzt ist es weg. Das ist so halbwegs. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so tief sinken wird. Ne, wird es auch nicht. Es sinkt jetzt nicht weiter. Also hier ist das Wasser nicht so tief. Tja. Blöd. Hier hinten guckt noch der Mast raus. Schön. Ja. Wir hauen ab. Irgendwo geht der Tropello auch noch hin. Aber der wird... Oh, das ist hier. Das wird gefährlich. Hier. Ich spiele noch mal ab. Bevor wir hier irgendwas machen. Das ist jetzt nämlich das ganz große Problem. Da kommt ein Kriegsschiff. Ja. Da kommt ein Kriegsschiff. Und das ist das, was ich erwartet habe. So schön, wie es jetzt ist, hier alles wegzurotzen. Was da so kreucht und fleucht. Ja, ist ein Problem. Ich könnte es jetzt auch natürlich versuchen, mit ihm aufzunehmen. Das ist ein Zerstörer, ja. Na ja, der wird es auf mich absehen. Frage natürlich für mich ist jetzt, wäre es klüger, in die Richtung abzudrehen und von ihm weg? Vielleicht kann ich an ihm vorbeischlüpfen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist jetzt das große Problem. Ähm, wie viele Torpedos sind denn geladen? Ich glaube nur einer. Zwei werden gleich geladen. Ich könnte also nochmal zwei Torpedos verschießen. Es ist ja nur ein Schiff. Ein einziges. Ich habe gerade gespeichert. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Jetzt ist die Vorsekunde das jetzt. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, nochmal eins wegzumachen. Allerdings ist das schon ein ganz schöner Brecher. Da müssen wir mal gucken, was das ist. Das könnte die sein. Zwei Masten. Vorne diese Stange. Hier ist es nicht. Die Sims-Klasse ist es nicht. Ne, ne. Das könnte aber auch Diesel sein. Die Tribal-Klasse. Ne, sieht nicht so aus. Hinten ist noch ein Mast. Ich gehe mal davon aus, dass es die EF-Klasse ist. Das ist zu klein. Oder natürlich, dass es die V-Klasse. Ja, auch nicht besser. Ah! Ich glaube, ich habe es gefunden. Das sage ich eigentlich bei fast jedem. Das ist schon ein Kreuzer. Das ist schon ein hammerhartes Teil. 65 kmh könnt ihr da fahren. Wenn der das ist. Wenn er das ist. So richtig sicher bin ich mir nämlich nicht. Ne, das kann er nicht sein. Er hat einen großen Masten. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das könnte die Tribal-Klasse sein. Das ich nicht glaube. Das wird die EF-Klasse sein. Oder natürlich die... Caldwell-Klasse. Könnte auch sein. Aber das glaube ich nicht. Dann wäre... Ne, das denke ich nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das die EF-Klasse ist. Und die ist schnell. 30 Sekunden. Und die ist schnell. Und die ist richtig schnell. Wenn man jetzt pisst. 20 Sekunden. 25 kmh. Entfernung zu mir. 1,6 Kilometer. Das ist echt nicht weit. Wir versuchen das jetzt. Eigentlich will ich das nicht mal an. Normalerweise macht man das auch nicht. Zerstörer schießen ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Aber... Wir wissen ja nicht, was hier noch passiert. Und die wollen auf jeden Fall unseren Kurs abfangen. Das heißt, wenn wir geschossen haben, drehe ich nochmal. 32 Grad. Ich gehe auch nicht davon aus, dass für den da zwei Tropidos reichen werden. Lass uns nur von der anderen Seite gucken. So. Wir sind jetzt mal gierig. Wir hauen drauf, was wir haben. Feuer. Beide raus, beide raus. So. Was hieß es? Wie tief kann ich? So. Die Lautstärke an Bord ist sehr gering. Das ist gut. Wie tief konnte ich jetzt? Der Ahr ging daneben, Herr Kaloy. Ja, das ist der Erste gewesen. So. Wie tief konnte ich jetzt runter machen? Wir machen. Wir fahren langsam. Ich konnte noch 31 Meter runter. Deswegen gehen jetzt nur 30 runter. Tauchen auf 50 Meter. Kapitän. Wir unterlassen das jetzt hier. Bestätigt. Ich möchte eigentlich nicht. Kann ich ihm noch irgendwie... Ja. Du machst eine Inspektion. Du machst eine Inspektion. Und du auch. Möglichst leise sein, Freunde. Aber ich will noch nicht abtauchen. Noch will ich nicht abtauchen. Ich will erstmal gucken, ob wir treffen. Und dann versuche ich hier wegzuschlüpfen. Und dann so. Jawohl, Herr Kaloy. Keine Ahnung, ob das klappt. Aber wenn die Probleme haben, weil es bei denen brennt. Ich muss hier gucken, dass ich die Geschwindigkeit hochkriege. Ich werde jetzt gerade wirklich gierig. Es tut mir leid, Freunde. Da müsst ihr jetzt mit mir durch. Ich glaube nicht, dass der trifft. Der hier? Vielleicht. Bei dem glaube ich es nicht. Vermutlich. Gucken wir aus der Sicht des Schiffes drauf. Kommen die Torpedos nämlich direkt von... Ich drehe mal so, dass man das vielleicht sieht. Wenn er jetzt einschlagen sollte. Dann müsste er hier vorne einschlagen. Hier. Ach, das glaube ich nicht. Noch. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Schweres Schäden am Morgen. Huiuiui. Gut, jetzt muss ich mir doch keine Sorgen machen, um... Die werden mich nicht bombardieren. Nein. Hüllenbruch. Ja, jetzt sinken sie. Ja. Hahahaha. Sehr erfolgreiche Feindfahrt. Sehr, sehr erfolgreich. Das war... Das war... Finsterer Treffer. Das war ein... Richtig finsterer Treffer. Aber hier hinten tuckert ja nur noch... Ich mein... Ey, ich sollte damit aufhören. Ich hab eh... Eh keine... Torpedos mehr geladen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ne, ich hör jetzt auf. Hahaha. Ich hab so viel abgeschossen. Wir ziehen uns jetzt wirklich zurück. Schneller, schneller! Wir ziehen uns jetzt wirklich zurück. Also ich, ähm... Werde... Einmal die Umgebung abscannen. Aber ich geh noch nicht davon aus, dass da noch irgendwas ist. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob die irgendwie noch auf die Idee kommen, hier was wegzufunken. Können auch noch abspeichern. Freunde. Sehr erfolgreich. Jetzt höre ich aber auf, gierig zu sein. Es reicht jetzt. Auf der anderen Seite, ihr habt gesehen, diese Methode der Berechnung, dass das funktioniert. Und ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Wie gut das funktioniert. Wechseln auf Dieselmotor. Und jetzt kriege ich ja doch noch, was ich wollte. So, wir sind ein bisschen... Wir sind vorbeigefahren. Sind die auch noch zu weit entfernt. Es ist nur ein Rettungsboot, hat aber nur ein Überlebender. Nur... Nur Matrosen. Aber gut, die nehmen wir mit. Wir hören jetzt auf, da auf die anderen Schiffe zu schießen. Ich hab, ich hab, was ich wollte. Ich hab mehr als nur, was ich wollte. Ich habe sehr viel abschießen können. Das hat sich mehr als nur gelohnt. Und damit können wir die Feinfahrt jetzt hier an der Stelle beenden. Wir fahren jetzt zurück nach Wilhelmshaven. An die Ehrung nehme ich euch jetzt noch mit. Lasst euch jetzt noch hell haben. Und dann sind wir mehr als nur erfolgreich gewesen. Also dieses ewige Rumgetucker da, den Konvoi dann noch abzufangen. Das hat sich super gut gelohnt. So müde. Melde mich zum Dienst. Im Dienst. Krass. Ich bin wirklich beeindruckt. Wie gut das geklappt hat. Freunde. Das war mega geil. Das war richtig, richtig geil. Gibt's natürlich dann auch Verdienstabzeichen. Und, ja, nach der Aktion, die wir da jetzt geleistet haben, ist das auf jeden Fall kein Wunder. Also wir haben, ihr seht hier, Tonnagekrieg. Wir haben richtig, richtig viel, wir haben das fast geschafft. Das war schon echt heftig. Ja, hier sehen wir nochmal. Gab's extra Belohnungen. Das war das norwegische Schiff auf dem Weg nach London. Auch wieder nach London. Auch hier 3,3200. Hat sich gelohnt. Auch hier wieder was abgeschossen. Ach, das ist hier der große Dings. Empire The Event versinkt. Denn hier. Öl. Hier. Gesamt. Gesamttonnage von fast 10.000. Und dann auch nochmal hier. 11.000. Öl. Das hat sich sehr gelohnt. Ja, ihr seht, das Einzige, was wir jetzt nicht als zusätzliche Belohnung gekriegt haben, war natürlich das Kriegsschiff. Weil das ist eigentlich auch immer nicht das Ziel von der U-Boot-Flotte, Kriegsschiffe zu zerstören. Man möchte ja eher die Tanker und die Frachtschiffe zerstören. Das ist so das eigentliche Ziel von U-Booten. Aber der war so auf so einer blöden, auf so einen blöden Kollisionskurs, dass es sich das eigentlich gelohnt hat, den jetzt noch mit wegzuklatschen. Es gab ordentlich Geld, es gab Ansehen. Ansehen ist, was ich auf jeden Fall mehr als nur brauchte. Und ich habe immer noch 0 Punkte, weil ich hatte ja so viel Minus. Das ist ganz schön krass. Also nach dieser gesamten Aktion kriege ich immer noch keine Ansehenspunkte. Ja, ich werde hier mal noch schnell meine Leute befördern. Gucken. Zusätzliche Matrose. Ja, warum nicht? Kriegt er das? Dann ist auch mein Machinist aufgestiegen. Das ist gut. Tornspeziell ist. Das ist ja ganz gut, weil er ist ja sowieso die ganze Zeit in unserem Maschinenraum. So. Dann könnten wir jetzt hier noch... Wie sieht es denn hier in dem Torpedoraum aus? Ja, es ist alles geladen. Selbst wenn ich jetzt die Überlebenden abgebe, sind das nicht genug... Ähm... Gibt das nicht genug Ansehenspunkte. Aber ich gebe die jetzt mal noch ab. Und dann gucken wir mal, was wir noch rauskriegen. Kapitän, das kann deine neue Crew sein. So. Leider hier... Wobei, die bringen schon 15. Die bringen noch ein bisschen Geld. So. Und dann jetzt noch die einzelnen Matrosen. Die bringen leider nicht so viel. Aber man nimmt, was man kriegen kann. So. Und damit habe ich einen Ansehenspunkt gekriegt. Yes! Ach, der ganze Scheiße. Man muss wirklich aufpassen. Als kleine Empfehlung, wenn ihr dieses Spiel spielt, schießt keine Schiffe ab, die ihr nicht abschießen dürft. Die Strafe dafür ist kacke. Ich habe es erfahren an einem eigenen Leib. Und ja, war nicht so geil. So, Freunde. Ich habe euch jetzt auf eine Feindfahrt mitgenommen. Das war mega erfolgreich. Es hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe das hier alles so ein bisschen runtergedummt und alles ein bisschen zusammengeschnitten, damit ihr nicht hier stundenlang mit mir hier rumgehauen müsstet. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Freude an der ganzen Sache. Ich auf jeden Fall. Vielleicht machen wir noch mehr. Kommt drauf an, wenn ihr Bock auf noch mehr Fahrten mit unserer Ubo-Flotte habt, dann schreibt mir das gerne. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr sogar noch was gelernt. Kauft euch das Spiel. Das ist super. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.